Ein Paukenschlag vom Bundesarbeitsgericht. Ein Urteil ist gestern zum Thema Arbeitszeiterfassung, Einführung einer Stechuhr ergangen, in dem im Prinzip alle Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, ein solches Instrument einzuführen. In diesem Video erkläre ich dir, was das für dich als Arbeitnehmer bedeutet. In einem weiteren Video auf diesem Kanal werde ich nochmal erklären, was das für die Betriebsräte bedeutet. Darum ging es nämlich eigentlich in der Entscheidung und auf unserem Arbeitgeberkanal, Link unten in der Beschreibung, wird ein Video erscheinen, wie das Ganze aus Arbeitgeber-Sicht zu sehen ist. Was müssen Arbeitgeber jetzt machen? Welche Folgen hat es, wenn sie nichts tun? Hier geht es aber genau um dich als Arbeitnehmer. Welche Folgen hat dieses Urteil für dich? Und das sind sehr, sehr weitreichende finanzielle Folgen, was zum Beispiel die Vergütung von Überstunden betrifft, aber auch was die Verhandlungen über die Höhe der Abfindung betrifft. Denn auch dort werden wir diese Erkenntnisse mit einfließen lassen. Ich erkläre dir, wie das geht. Schau dir das Video bis zum Ende an. Diese praktischen Tipps kommen am Ende. Erstmal geht es jetzt aber darum, was hat denn eigentlich das Bundesarbeitsgericht gesagt? Und warum ist das so wichtig? Wir haben hier eine Pressemitteilung, die auf den ersten Blick für dich verwirrend sein könnte. Denn eigentlich geht es da um ein Verfahren von Betriebsrat gegen Arbeitgeber. Der Betriebsrat wollte über eine Einigungsstelle die Einführung einer Stechuhr erzwingen. Der Betriebsrat hat verloren in diesem Verfahren. Der Arbeitgeber hat gewonnen. Ein Sieg, den der Arbeitgeber nicht lange wird genießen können und der vor allen Dingen für alle anderen Arbeitgeber erhebliche Auswirkungen hat. Und ich erkläre dir jetzt kurz und knackig, warum das so ist. Aus der Pressemitteilung ergibt sich genug, dass wir wissen, wie die Begründung nachher aussehen wird. Das Problem ist folgendes, dass der Betriebsrat hat immer nur dann ein Initiativrecht, wenn es keine gesetzliche Regelung gibt. Und wir alle, du und ich und viele andere, dachten ja bislang, es gibt ja keine gesetzliche Regelung, also hat er ein Initiativrecht. Das sieht das Bundesarbeitsgericht eklatant anders. Das Bundesarbeitsgericht sagt hier also nochmal eine gesetzliche Regelung, soweit keine nur Mitbestimmung, soweit gesetzliche Regelung nicht besteht. Ja, soweit eine gesetzliche Regelung nicht besteht. Aber ganz überraschend, bei unionsrechtskonformer, sprich Europa-Auslegung von 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz, ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer zu erfassen. Der Arbeitgeber, nicht irgendeiner, nicht irgendwie der Kleine, der Große, sondern jeder Arbeitgeber. Und das ist wirklich ein Hammer. Die haben dann auch gleich nochmal, weil die Leute, die wussten schon, die Leute sind ungläubig, wollen es nicht wahrhaben, haben die nochmal den Paragraf 3 Arbeitsschutzgesetz mit abgedruckt, in dem es heißt, den kennen wir schon immer, ich habe ja immer gesagt, ja, Arbeitsschutz interessiert ja in Deutschland eigentlich keinen. Wir haben die Norm und die Arbeitsschutzbehörden kümmern sich nicht, also passiert nichts. Ja, hatten wir bei Temperaturen und so, habt ihr hier schon ganz oft von mir gehört. Und ich hatte euch aber auch gesagt, die, die das öfter gucken, Neuesansprache damals von der neuen Präsidentin vom Bundesarbeitsgericht, die sagt da was zum Thema Arbeitszeit. Jeder Arbeitgeber sollte sich da schon mal warm anziehen, so sinngemäß. Ja, da hat sich, beziehungsweise sie hat es damals so formuliert, die hat gesagt, da wird ja wohl jeder Arbeitgeber sich schon drum gekümmert haben. So, ja, weil es natürlich ironisch gemeint war, nehme ich mal an, weil wir wissen ja, dass sich überhaupt keiner drum kümmert. So, jetzt ist aber soweit, ja, die Übergangszeit ist vorbei. Ja, das Bundesarbeitsgericht hat den Gesetzgeber, der irgendwie untätig bleibt, überholt und hat gesagt, wir brauchen kein Gesetz. Lieber Gesetzgeber, wir haben nämlich schon eins. Aha, okay, steht ja nicht drin, Stechuhr. Für die geeignete Organisation ist zu sorgen und die erforderlichen Mittel sind bereitzustellen. Mhm, da steht auch nichts von Stechuhr. Ja, warum bedeutet das dann jetzt aber, dass jeder Arbeitgeber eine Stechuhr einfüllen muss? Ganz einfach, die klar ist, in Deutschland werden extrem viele Überstunden geleistet. Klar ist, dass das Arbeitszeitgesetz häufig nicht beachtet wird. Klar ist, dass zu viele Überstunden die Gesundheit beeinträchtigt. Also haben wir ein objektiv bestehendes Problem und deswegen gesagt, das Bundesarbeitsgericht, musst du Arbeitgeber dich damit auseinandersetzen und damit greift das. Jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht macht ja bei irgendeinem Arbeitgeber überhaupt niemand Überstunden, dann besteht das ja gar nicht, das Problem. Die stellen auf eine abstrakte Gefahr ab. So sehe ich das. Ja, wir werden das in der Urteilsbegründung noch sehen, ob das tatsächlich so ist oder ob das nur diesen Arbeitgeber hier betraf. Aber ich glaube, die meinen das sehr allgemein. Ja, mit anderen Worten, man braucht als Arbeitgeber eine Stechuhr. Jetzt ist ja die Frage, was passiert, wenn man es nicht hat? Und erstens Verstoß gegen das Arbeitsschutzgesetz ist damit klar. Wenn du das nicht machst, verstoßt du gegen das Arbeitsschutzgesetz. Was daraus folgt? Gut, die Behörden sind träge, da passiert vielleicht erstmal nicht viel, kann man sagen, lehnt man sich zurück. Aber jetzt kommen die weitreichenden Folgen und damit die Tipps für dich als Arbeitnehmer. Und die betreffen die Darlegungs- und Beweislast. Wenn der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, so ein System einzuführen und er führt es nicht ein, entgegen, also gesetzeswidrig nicht ein, dann kann man erstmal sagen, hat das Auswirkungen auf die Darlegungs- und Beweislast. Das heißt, diese hohen Hürden, die für die Geltungmachung von Überstundenvergütung in Deutschland bestehen, die sind dann, die müssen gekippt werden. Das könnte man mal so sagen. Das ist aber gar nicht erforderlich, dass wir da mit so einer kühnen Behauptung rangehen. Ich würde aber denken, das wäre so richtig. Man könnte auch andersrum sagen, kann der Arbeitnehmer wegen dieses Gesetzesverstoßes, der Arbeitgeber hat keine Stechuhe, seine Überstunden nicht beweisen, dann ist ihm zumindest wegen dieses Verstoß gegen das Arbeitsschutzgesetz ein Schaden entstanden und im Rahmen des Schadensersatzes, der Schadensersatzverpflichtung in Verbindung mit Arbeitsschutzgesetz, wäre dann der Arbeitgeber schadensersatzpflichtig. Und spätestens über diese Brücke müsste eigentlich auch unter Brücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dann ein Anspruch bestehen. Und der Schaden ist ja quasi wieder das Geld, was du nicht gelten machen konntest. Wie das dann mit Ausschussfristen und so ist, ob die den Arbeitgeber retten, da guckt euch gerne mal meinen Vortrag zum Nachweisgesetz an, auch auf dem Arbeitgeberkanal. Dann werdet ihr merken, vielfach wird das schwierig in der nächsten Zeit für Arbeitgeber, sich auf die Ausschussfristen zu berufen, wenn die nicht so richtig ausgeschlafen sind, die Arbeitgeber. Das bedeutet, also, immer wenn du gegen den Arbeitgeber deine Überschundvergütung gelten machen willst, kannst du dies hier heranziehen. Erstens. Zweitens, du kannst auch beim Arbeitgeber im Prinzip die Einführung der Stechuhr durchsetzen. Das ist ein gesetzlicher Anspruch, den du hast. Den kannst du theoretisch auch einklagen. Damit können wir auch Arbeitgeber, ich will mal sagen, unter Druck setzen, um zum Beispiel dann zu einem Deal, zu einer guten Vereinbarung über eine Beendigung zu kommen. Drittens, dritte Bedeutung, auch die Überstundenvergütung ist leichter geltend zu machen. Das heißt, wenn wir in Beendigungsverhandlungen sind, dann können wir diese Überstunden, die wir bisher immer aufgeführt haben in der Verhandlung, wo wir dem Arbeitgeber gesagt haben, ja, im Übrigen kriegt er immer dann noch 5000 Stunden Überstundenvergütung. Ja, der Arbeitgebervertreter gelacht, hat gesagt, die kriegen sie eh nicht durch. Dann hat man sich da auf irgendeinen Bruchteil, einen Bruchteil davon mit einfließen lassen in die Abfindung. Ja, das wird anders. Das heißt, wenn du in solche Verhandlungen gehst, künftig auch ganz wichtig, diesen Punkt mit berücksichtigen, dass hier möglicherweise noch zusätzliche Ansprüche bestehen, genauso wie den Punkt Nachweisgesetz, hatte ich euch ja auch schon gesagt, auch den können wir gut nutzen. Brauchst du Hilfe? Dann melde dich gern bei Aufhebungsvertrag und Kündigung kostenlos und unverbindliches erstes Telefonat mit uns und auch in allen anderen Fällen starte gern eine Anfrage telefonisch oder unten über den Betreff, über den Link im Betreff.